hallo ja und willkommen liebe freunde ja ich weiß ich habe ein bisschen mal wieder ein turnier ausgelassen wie man gleich sehen kann war ein bisschen viel los na was ist mit dem spiel ein bisschen und zwar da oben sieht man es schon das ist der mitsubishi natürlich getunt den konnte man gewinnen leider hatte ich keine zeit das turnier zu zeigen und weil es diesen gab wir haben noch den mclaven freigeschaltet der ist jetzt auch getunet den habe ich so freigeschaltet weil ich pausen bekommen habe und natürlich diesen ferrari dafür brauchte man den einen nissan und den mitsubishi evo so dieses video wird am 5 11 also kommt an dem tag der stellung aus ja ich weiß ich habe ein bisschen schleifen lassen vor allem ein bisschen was privates geregelt ja und man sieht es kommt schon wieder ein auto es kommt wieder ein auto und zwar kann man den ford shelby gt 500 bekommen aber auch nur die die noch nicht haben wir sind zwei tagen soweit ich glaube am siebten startet das turnier oder machten auf jeden fall ich zeige euch gleich mal was so natürlich mal wieder patch notes es kommen einmal dieser bekannte wagen also den ford shelby und es kommen zwei neue vorwarnung und zwar dass wir einmal den charolette cameo z 28 und den ford mustang boss 302 also von 1969 also plan schon mal die nächsten waren vor es kommen zwei neue plus ein altes auto wir können andere spieler herausfordern und es gibt jetzt irgendwelche mechaniker punkte und hier ist das auch mit dem black edition sind deine waage auf maximale stufe rüstet deine black edition leistungsteile aus um auf das neue tuning future zu testen also man kann sie noch besser züchten so ich mache mal einen kleinen schnitt so da sind wir auch wieder mechaniker stufe mechaniker stufe ne das war halt wir sind gerade gut falsch abgebogen wagenschuhe matt shop so so ich Schöner McLaren. So, dass wir die Mechaniker punkten, das weiß ich jetzt noch nicht was es bringen soll. Ah, Spielerprofil. Stimmt, das könnte man machen. Und eine Cloud-Safe-Verwaltung. Das heißt, euer Spielstand ist safe. So, jetzt wollen wir mal gucken. Tägliche Aufgaben. Erfolge. Erfolge ist aber dieses, ne, Gamesender oder wie das heißt. Ich weiß gerade nicht, was es mit diesen Mechaniker punkten auf sich hat. Wir könnten aber mal Kampagne weitermachen. Weil wir haben nämlich gerade mehr Bonus, also Tankeinheiten. Nein? Nein? Nein. Nein. Das war's für heute. Leichtes Spiel. Ja. Ich verstehe dich nicht. Bist du jetzt bei den Rolls? Ah, du warst bei Kim, als du meinen Wagen zurückgebracht hast. Sind die nicht verfeindet? Was soll's? Wir sind hier für ein Rennen. Nicht zu quatschen. Stimmt. Kollege, einmal weg. Schlimm, dass es in der Nacht ist. Und die Viper macht das ganz locker. Du hast deinen eigenen Kopf. Ich denke, ich respektiere das. Egal, zu wem du stehst, fahren kannst du. So viel steht fest. Uuuuh. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles easy, mit einem kleinen Weiber. Und immer noch alles im grünen Bereich. Und immer noch alles. Aber man soll ja nicht so viel kriften. Und wir machen bald ein Level ab. Und wir müssen einen Lamborghini überbringen. 905 Leistung. Ein schöner Lambo. Du scheinst bei den Leuten meiner Crew Eindrücke kennenlassen zu haben. Sie wollen, dass du mitmachst. Darüber könnte man nachdenken. Mir auch immer Geschäft. Ich habe da einen heißen Lambo, den du bewegen musst. Wie geht der Polizei aus? Was? Na toll. Wow. So. 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 Die Korps konnten dir nichts, du wendelst dich besser als ein Aal. So, noch fünf Punkte und wir haben... Wird eine etwas längere Folge. So, die Viper sind immer noch im grünen Bereich. Aber das wird lange nicht mehr dauern, dann wird sie nämlich auch gelb. Wir hoffen ja, dass wir den Boss noch weg kriegen. Ja, aber wieder Jäger, ne? Natürlich! Dass die Viper ist einmal so kurz sichtet, wird es leicht. Genau. Die Viper ist ein kleines Biest. Und der Verlaufsteg. Und immer noch grün. Oh Junge, wir können aber durchlaufen hier. Bestimmt Boss. Schwer. Äh, gelb. So. Wo warst du? Ich habe eine Menge Auslieferungen verpasst. Ich versuche dir Arbeit zu verschaffen, aber du musst auch mitmauern. Ich habe gehört, du hängst mit diesen Rollsack. Was? Ich würde nicht mal... Muss mir jemand anderes suchen. Ein bisschen Story. Ist ja auch schön, dass er spielt. Ein bisschen Story-Art. So. Einmal! Eiii-ei-ei-ei! Sprungchancen! Gleich nach einer direkt in der Kurve, ist schlecht. So, Kim ist weg. Sie ist ziemlich wütend. Hätte in letzter Zeit genug Stress, wie es aussieht. Ach, hat er. Ich weiß nicht, was das soll, dass du mit den Royals abhängst. Wie würde, die würden ihre eigene Mutter umlegen, nur um das voranzukommen. Ich dachte, du wirst anders. Ja. Jetzt sind wir, das Große. Mit A. So. Noch ein Rennen, und dann sind wir beim Boss. Und ein Haufen weißer Weibbau. So, Jungs, mach mal Platz da hier. Na toll. Warte mal. Diese Polenländer, was ist denn das? Voll ausgebremst. Voll ausgebremst. Toll, toll, toll. Das wird doch nicht mehr. Ausgebremst gleich eine Polizei. Oh, das gibt's gar nicht. Nein. Nein. Das können wir nicht aufgeben. Danke, die Polizist. Schön eingekesselt, dass ich nicht vorbeikam. So, grüner Start. Versuche ich gleich an dem vorbeikam. Nicht, dass ich an der Polizei wieder hinbleibe. Autsch. So. Zu viele Autos. Okay. So, noch ein Rennen. Dann hätten wir den Boss. Und das ist wieder gelb. Wobei, das macht ja nichts. Ah, genau so schnell. Oh, genau so viel Leistung. Oh, oh. Gegen einen Ferrari. Sophie. Du bist nur ein zweiklassiger Fahrer im Vergleich zu uns. Wir sind die Rolls. Wir sind die Könige. Und gleich in den Griff bringen. Eieiei. Mit Bullerei. Oh mein Gott. Ach du Gott. Einmal kassiert. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo sie stehen. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo sie stehen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ah, okay. Wir machen nur rückwärts. Ich weiß, da hinten kommt wer. So, gucken, dass ich eine Polizei mitnehme. Dann haben wir hier ein großes Problem. Wir haben lieber ein Auto gequasht. Aber das haben wir in der Tasche. Ganz easy. Kapitel beendet. Tja, manchmal muss man auch Außenseiter, muss auch der Außenseiter gewinnen. Du hast mir einfach nur leid getan. Klar. So, davon brauchen wir noch 29. Hier sind es nur noch 28. Und, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Leistung? Immer noch grün. Ja. Ich verabschiede mich. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Und wieder.